Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit dem Krian. Hallo. Wenn er es nicht verpeilt mit dem Giacomo. Blum, 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 blum. Dann haben wir den Gargasp am Start. Ne, ne, der ist nicht da. Ja, doch. Ne, das ist Patrick, ne? Ansonsten mit an der Biege hier ist sie. Ups, Chris Zuckia. Hallo. Und Dat Misha. Könnte sein, dass irgendwo zwischendrin Dat Marvin auch nochmal mit einsteigt. Auch bekannt als Mr. In-Spaß-Sigi. Oder Teddy könnte auch noch nachjohnen, man weiß es nicht. Ja, unter Umständen. Und ansonsten spielen wir hier aktuell die Elevators und Stairs. Wir haben keine Ahnung, wie lange wir noch haben. Weil, äh, wow, Misha hat einen hunderter Ping, krass. Äh, ja, geh weg, mein Getränkautomat. Schieß dir nicht. Ach, Chris Zuckia, was du nicht machen solltest, ist, wenn du hier runterspringst, du stirbst deswegen nicht. Aber wenn dir jemand hinterher springt, stirbt der unten stehende im Normalfall. Also schnell raus aus diesem Loch da unten. Los, raus aus dem Loch. Ah, schön. Naja. Du blöder Wichs. Irgendjemand brennt. Ja, das war ich. Oh, und los geht's. Stirb alle. Ah, nein, nein. Misha ist bei mir. Wenn ich sterbe, ist es gar, wenn ich sterbe, ist es gar nicht. Ich lebe noch. Das ist überhaupt noch so gerade eben. Schade. Also gar, du wärst mich sehr sympathischer gewesen, wenn er tot gewesen wäre. Und gar ist quasi fast tot. Was hast du gemacht? Der hat eine Brandgranate geschmissen und hat es verkreift. Oh, das kostet Karma. Ja, toll. Ich hab, äh, dann stand das noch preparing. Ja, preparing. Du weißt ja nie, wie lang es geht. Lotterie hier, Russisch Roulette. Richtig, Brandbomben Lotto. Ich krabbel jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich hab, mach das. Ah, hallo, Jackos. Also klar, Jacko. Dann ist er gestorben. Weißt du, so einfach mal umgefallen. Hat mir auch noch Munition mitgebracht. Sehr angenehm. Sehr lieb von dir Alex. Für den Wichser. Du bist tot. Jetzt komm mal mit meinem Kind. Ja, so, ja, nicht. Wir benutzen dich als Aushängeschild. Und, putt, 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 putt. Hallo, Jacko. So, bitteschön. Also ich bin Confidentino, Mischa, Krizzuki, ihr könnt euch duellieren. Einer von euch beiden ist es nämlich. Ihr könnt auch reden. Also das Spiel ist mit reden viel lustiger. Minimal. Also Krizzuki ist unten im Erdgeschoss. Mischa geht gerade Richtung Erdgeschoss. So, und nun, meine Damen und Herren, fahren wir in diesem sicheren Käfig wieder nach unten, sobald er gestoppt hat. Stopp. Toll, oder auch nicht. Also ihr könnt euch mal unten abknallen. Ich komme wieder. Ich wünsche dann auch. Bei einer von euch beiden muss es sein. Ah, da wird geschossen, cool. Wartet, ich will das Finale sehen. Oh, zu spät. Es war Krizzuki. Krizzuki wurde mir als Mischa angezeigt. Oh, ich bin in diesem tollen Dingespaar. Ich habe dich nicht abgeschossen. Ey, ich beginne hier direkt mit einer Schrotze. Vor mir steht die Chriso rum. Gehen wir aus dem Weg da. Chigga. Schüßikowski. Warte mal abkürt, mein Hund, Digga. Äh, Eno? Eno. Was passiert? Tipp, 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 tipp. Wer ist hier bei mir? Ist der geil? Da ist noch nicht. Nein, da möchte ich nicht sein. Ich laufe dem Jocko jetzt hinterher und nervt den so lange, bis er selbst ist. Ich habe Schüsse gehört. Ja, das ist richtig. Hallo. Oh, keiner da. Hahaha, jetzt machen wir Huge Action. Immer noch kein Toter, da läuft wer. Hallo, Chriso. Hallo. Ja, jetzt ist es ja richtig Party. Ich wollte gerade fragen, Mischer, hast du deine Winni-Garn? Dosen. Dosen. Hallo Marvin, wir kommen zurück. Einfach nachschauen, weißt du. Geht, dass du. Chigga hat Mischer gemacht. Chigga hat Mischer gemacht. Sehr schön, Jocko. Also weiß ich, Krizzukia oder Alex. Was? Wieso? Ich stehe bei Krizzukia. Ja, aber Jocko hat Gag erschossen, der hat Mischer erschossen und ich weiß, dass ich Indor bin. Also einer von euch beiden ist es. Ich habe natürlich keinen Beweis dafür. Ne, nicht Krizzukia oder die. Oh, hier wird gerade massivs geballert. Alles klar, Alex. Alex, wo bist du? Ich komme zu dir gefahren. Los geht's. Hallo, mein Schatz, ich liebe. Erdgeschoss, Ausgang und Parkhaus. Da wäre schon schlechter Humor, bitte hier aussteigen. So, hier ist Krizzukia. Ich confirm sie ganz kurz, damit du weißt, das ist wirklich Alex. Ja, das habe ich auch so geglaubt. Ich habe die Schott gern gehört. Wo bist du? Ich habe auch eine Schrotze. Also nicht erschreckt, wenn du eine Schrotze siehst, das könnte ich sagen. Oh, da ist jemand runtergesprungen. Ja, das war ich. Du bist runtergesprungen, alles klar. Alles, bist du auch hier unten? Nein, ich bin oben. Ich gehe gerade Richtung Dach. Ah, okay, okay. Alex, wo bist du denn so? Wo ist denn Garx? Ne, ich sage es nicht. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Garx Leiche? Ist er bei dir? Dem habe ich dir gerade in den Kopf geschossen. Das war Alex. Ich weiß nicht. Bist du unten in dem Gaming drin? Nein. Dann ist Alex unten in den Gängen drin. Alles klar. Ich komme über den Haupteingang. Hallo, Jacko. Ach, da unten in den Gang? Ja. Achso. Ich gehe hier über den anderen Eingang rein, aus dem ich rauskam. Ich gehe wieder das Loch zurück, von wo ich herkam. Zurück zu meinen Wurzeln. Hi, Mama. Achso knapp, scheiße. Schön eingekreist, Jacko. Ich hatte mir extra noch den Teleporter gesetzt. Hätte ich doch nur benutzt. Oh, das wäre gut gewesen. Dann wären wir beide voll in die Falle reingelaufen. Krasse Sache kriegen. Wie bitte? Was ist Marvin? Ja, wir hören dich. Äh, nee. Alex hätte ihn nicht verwenden können, weil er war... Also er hat ja gesneakt. Nee, das war extra an der Stelle, wo man aufrecht stehen kann. Hallo, Alex. Achso, das war absolut. Inno. Inno. Ja, das sowieso. Das sage ich gar nicht mehr. Bist du dabei, Marvin? Nee, Spectator. Ich war noch Spectator-Only-Mode. Zu spät. Ich habe eine M16 und der Krianmürfelde. Und da ist er gefallen. Und Hallo, Gag. Hallo, Krian. Gag, 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 gag. Melone. Melone. Alex hat ein Melon-Longer. Schmeiß mir Melonen rum. Oh mein Gott. Ich habe keinen Melon-Longer. Aber ich habe nur die Melone zerdonnert, die hier rumfliegt. Das kann ja jeder überhaupt. ich komme hier gerade irgendwie nicht raus ich bin in irgendein versteckt da gibt es ein computerbüro ja ja da gibt es einen luftschacht du müsstest du eigentlich so einen luftschacht finden da kannst du ausschießen dann kannst du durchkommen da kommst du irgendwann im hauptgebäude raus also diesem hauptding raus übrigens mischer siehst du das licht am ende des tunnels ich darf aber nicht da stehen bleiben sie kommt so untergefallen fällt voll auf mich dann bin ich tot da kommt man nicht raus da wurde ein schuss genutzt ja das war ich wo man da auch rein kann aber es geht nicht irgendjemand daran geht ganz schön hier überall zerstört ist alles wo ist denn alle ich will mitmachen ich bin allein ich bin ein einzelgänger jetzt wird gar hier auch noch das dumpster baby durch die gegend na okay ich habe ja wo seid ihr denn alle also ich bin in einem haus bis in einem haus das ist krass und die tür allein aufgemacht oder was ist da los was ich komme das ging schnell geschossen gar und versuch hier sind tot wo weiß ich nicht dass sie sind trotzig gewäckig 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 sind mich ja alle exkrieren ihr seid alle drei für mich verdächtig für mich sind alle außer ich verdächtig ich weiß ich bin gut also jeder der zu mir in raum komplett umgeschossen wenn du meinst auch ein nachher legt mir noch eine bombe vor die tür da ist der alex da ist der choco rex ich habe angst von dir geben für sie sagen gut es muss aber nicht es müssen nicht beide sagen es kann auch sein dass ein traiter schon tot ist das ist korrekt also die gesuche liegt unten im erdgeschoss ich kann sie nicht kontrollen weil ich gerade hohe den vierten stopp war hallo alex im erdgeschoss ja im erdgeschoss direkt vom aufzug liebte das ist ein keller dazu ist das erdgeschoss war ich bin schon wieder weg ich bin schon wieder weg tschüss das wird mir hier alles ein bisschen sehr gut nicht erdgeschoss weil ich blind nicht da jetzt wird noch gar liegt er vielleicht in einem raum drin dann wirst du das nämlich aber ich weiß noch nicht in welchen rollen man hier rein kann das ist das nervige die mit den türklinken ich glaube der hat nicht nur ein türklinken wo du reinkommst doch die mit den türklinken da das sind die wurde rein kannst wie gesagt der eine wo ich eben drin war wo du auch vorbeigeschaut hat er hat keine glaube mich hallo alex ist es schönes geräusch schön jacko meine leichte nicht außerhalb des hauses das sowas ein ausflug gemacht hätte ich die gewaffe gefunden werde viel einfacher gewesen habe ich überhaupt noch irgendeinen schaden machen können also an mir nicht nähe dass keiner durch meine mine gestorben ist ich bin bei maria hallo also ich bin mit alex und marv im aufzug riesen party marvin ist es nicht aktuell schon unterwegs derjenige der mir jetzt hier lebend entgegen kommt wird sterben mehr oder weniger warum man jetzt bin ich in den leiter und wo bist du denn hier oben ist nur der mischer und hier liegt der tote gehack da muss er wird oder wahrscheinlich oder er ist abgehauen das mischer ist inno und gar nicht okay ja alex hat doch gerade eben nicht erschossen ja und die waren beide hin und hier ist noch chris so tot oder was nicht dass du lebt da kannst du schießt auf mich werden das ist okay christus tot also marvin hat noch nicht geschossen dass die ganze zeit bei ihm war ich hab so fast vertrauen zu wie jemand beim ersten krieren wenn ich sterbe ist das stimmt nicht ich bin weg jetzt ja ich habe eben und schuss gehört ist nämlich zurückgekommen ja ich bin ja ich weiß deswegen habe keine angst neben mir stehst ja ich habe allerdings näher hat nur einen innen umgebracht ich habe ein trader getötet bitteschön ja eben deswegen das ist es für mich jaco oder marvin das weiß ich nicht weil ich bin auch ne einer von euch beiden lügt außer der alex zieht ihr ganz großes game player ab und tötet seinen kumpan nein ich habe nicht geschossen ja um mehr munition zu tragen im aufzug ist mars bist du das ich habe schon halluzination das spiel macht einen fertig es kommt von den die die andere ist ist ja auch bei euch ist nicht okay okay da kommt so eigentlich schön zuschauen also für mich ist das verdächtiges verhalten von marv das mache ich immer aber da sind normalerweise noch nicht so viele leute tot das kann sein das kann sein ach micha ist der der unten ist micha ist der sub und hier war ich noch nie da geh ich jetzt mal hin das war ne disco oder nein das war ein schrotflintenschuss wieso auch nicht kann man machen ich brauche doch mal irgendetwas zu werfen ja nicht lang die kann man nicht lang also ich bin jetzt auf der suche nach marv mal gucken vielleicht treibt man den ja irgendwo auf wenn ich sterbe schraubcenter ich könnte jetzt ich weiß nicht aber ich könnte jetzt bei mir ist kian bei mir ist kein kian mehr eigentlich müsste marv doch ganz da unten gegangen sein der aufzug kommt runter gefahren ich weiß haben gerufen in lauf aber ist trotzdem die treppen hoch ich habe ein krummer es ist schwierig jackel ist es und mehr geschoss ja das ja das das besonderer heißt ja direkt der grimm hat gut umgefallen hat sie nicht so scheiße ich glaube ich muss euch ja auch chancen geben ja ja ich glaube trotzdem noch ein smartes alle war doch nicht mal er war ich nur sind schon alle langsam komisch ja jetzt schön alex sehr schön sehr schön ach das aiming wieder mit der lk kann man halt einfach schön alles weg kotzen ihr macht auch schön viel schaden deswegen ist die hier im programm weg da heikian ich will eine waffe inno langweilig aber ohne waffe inno inno hallo chaco ich will hier mal drücken ich bin fauler menschen nein keine waffen gib mir waffen hat es gesehen er hat es gesehen er hat es nicht gesehen wo es geht komm 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 kommen los komm mars Moment, wir stecken fest. Er ist im Menü. Tut das nicht. Scherz, ich darf ihn nicht tun. Moment, die Tür. Danke wunderbar. Ich will nicht wissen, was ihr gerade gemacht habt. Dass irgendjemand schießt hier. Da ist jemand gestorben. Ich bin gesperrt. Ich bin gesperrt. Hallo. Hallo, hallo. Ja, aber das ist ein zweiter Tür. Hier liegt die tote Kryzuki und der tote Miche. Also Garg ist einer von beiden. Tötet Garg. Und Kryon ist der andere. Toll. Kryon ist confirm. Ich habe mit drauf geschossen. Ich bekomme Garn. Warte. Wir machen das jetzt gut. Im Gegensatz zu sonst, wo wir es schlecht machen. Ja. Fails ohne Ende. Du den Kryon. Hey. Oder du hast doch eine MP7. Ey. Sorry, 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 sorry. Blöde Sacknase. Ah, hier ist er. Wo ist denn hier? Ab ihn. Genau. Sorry, ich hatte nur die Autosniper. Ich habe keine Schrotze gefunden. Ey, Alex. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja, ist ja okay. Ich habe ja überlebt und die Punkte bekommen. Ich bin aktuell auf Platz 2. Ich bin letzter. Wow. Du bist ja auch das Letzte. Danke. Oh. Inno. 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 Hey. Ja. Ja. Der Marvel ist jetzt da. contrase. Ja, der Marvel ist wieder da. Ja, irgendwo wird es bei ganz viel gestossen. ich bin aber gerade im keller ich sehe einen blutfleck und ich sehe einen toten krieren leute der ist durch eine was sollte der random scheiß nehmen jetzt wir waren nein das musste ich nicht sein der wohns entschied glaubt in die keldern explosion die er ist durch eine explosion gestorben ja du hast du aber nicht mehr sagen können die anderen waren aber ja alle waren hallo leute wir haben eine mine im repertoire bedenke ich doch nicht dran dein problem doch war ich habe ihn tot also und dann haben wir noch nicht jaco ich und gar nicht gar keinen schweiz haben geschossen und jaco wird angeschossen ich habe direkt daneben gestatten als man so ein bullshit das karte runter ich habe auch eine vernünftige waffen mit einer sniper auf dieser mit kann ich schießt überhaupt nicht auf dich ich schießt auf den fußboden ich habe sieben schaden bekommen kris suki erhält halt einfach mal gar nichts in der hand und sagt auch du hast halt einfach nichts in der hand bleib mal stehen leutchen kommt mal in denen ich glaube zweiten stock oder so ich fahr gerade runter moment ich komme wieder in den zweiten plus minus gegen grad der sicherheitsdingens auf was in sicherheitsdingens das krieren du fährst jetzt gleich an uns vorbei hier guck mal der hat nichts in der hand oder bei mir hat ja da baum ich krieg's nicht ja ich hab's nicht überlebt ihr habt's nicht überlebt ich hab's überlebt habe ich da noch irgendwo dieses ding gehört wo man ein turret oder sowas kann das ja das ist der knopf ist bei dir verkehrt ja ich wurde nicht erschossen das war ich war und ich war hier ich war am getränke ich bin gerade hochgelaufen du bist ja mir vorbeigefahren miche nach mich aber marvin alles klar dann ist es gar das alex ja ich war unten der mich habe ich ja auch gehört darauf war meine frage bezogen ursprünglich weil ich dachte erst wäre er hat gesagt nein das ist der knopf da ja 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 auch dasselbe geräusch gute glaube ich hier nicht endlich mal die nein das war das meine tastatur mal wieder nicht will denkt dran ich habe so eine schwule funktastatur für die aufnahme weil sich ja jeder über das klick an meiner richtigen beschwert es ist auch saunnervig das geht weil da kann man mich nicht da müsste ich dich dauerhaften juden ja das ist ja der mich ist bei mir ja mich am besucher sind wir bei mir wenn ich gut bin sind die beide wie diese props hier einfach rumlegen eine gute waffe ist das denn so viel verlangt ja gerade für dich mir 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 alles was du kriegst schüsse ja das ist für beschmacht der steht voll auf melonen also der michael ist runtergelaufen ich weiß nicht ob er da war die welt auch dankeschön das genau ist in der dritte stoff hier ist es im ersten stoff ja ach nee und ich war's nicht ey wir können da cool wir können da cool wir können da cool sein das hört sich an als wäre das gar gewesen du hast angefangen ich habe noch fußball geschossen dasselbe wie eben du hast mich angeschossen dass mich 50 leben gekostet da hinten ist gar hinten rechts okay das war jetzt aber wohl doch schon ein bisschen sehr spät dran alter michael ist im stockwerk direkt über dir ja ich dachte ich zeig dir mal wie das ist hier ist dieagel city da und hier liegen noch zwei warte ich glaube ich gerade an mir vorbei oder bei gar zwei stockwerke runter inno ich mache mal licht hier bei mir ich komme ich komme krihan will sich vorträgen da hinten in der ecke welche ecke da hinten in der book ihren steht hier du blind fisch ich weiß guck mal hier lampe bling 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 falsche richtung ich habe hier bei mir hier ist ein garg schüsse galil ein einziger schuss hallo micha doch nicht ich habe gerade noch eingehört jetzt ist es plural schüsse ja ja es könnte die letzte runde sein oder er kriegst du rutsch mal ab alter hallo hallo das ist ansichtssache guck mal hatte smokebox let's hotbox des bitch da kommt micha mich schon gesucht hier und noch jemand wie suche es tötet sie es sind mischer und christoph ja also mich hast ich habe noch okay drei minuten haben wir noch also eine runde mal wenn es ist ich töte mal wenn uns zeit ich bin unbewaffnet t die ist deswegen weil die t die ist da bewegt sich nicht aber er ist noch nicht im dingens der dingens bomben staco schießt mich an das stimmt so jetzt aber nicht dummer so du bist das ist eigentlich die erschossen worden oder ist meine waffe ist die erschossen worden oder war er automatisch okay das ist die frage erledigt wenn du die türen aufmachen willst oder vorgehen und drücken ja ich würde sagen wer alles bei mir ist genau nach unerfälliger bitte also ganz ehrlich hat die behauptung ja die ist ja absurd so ja kennen wir doch alle aber ich habe ja auch noch einen kollegen ja wer ist das ist das ist nicht der garg er ist tot ja der garg ist tot er hat eine akare wo seid ihr denn ich habe keine ahnung oder mich aber auch nicht wo ist da wo ist da gute frage unten erstens oder nöltes stadt nöten ist er nicht da war ich gerade da ist mischer da ist keiner wo bist du denn du bist traiter nein natürlich wir leben noch wie drei und die anderen sind keine zwei okay du läufst auf ihn zu aber so eine gute waffe ich zieh mal eben hier die runter leute er kann doch einfach rein dass du das wusste er nicht ich habe eine awp vom jackomo es geht hi hallo gut dass der der kreer nicht weiß dass ich die awp vom jackomo habe da war du kannst wenigstens mal sagen wo du den jacko gelassen hast äh bin ich mir gerade selbst nicht mehr so sicher da ist ein perk äh krieren wen hast du umgebracht gar keinen nur dich war's das oder noch eine ja das war's dann hoffentlich hattet ihr spaß mal der sie mit 65 punkten er ist trotzdem der kleine macht's gut ciao bei leute bei 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 bei